ja hallo meine lieben herzlich willkommen zu einer folge einer weiteren folge master bilders hier auf meinplex ich bin der teddy und ja ihr seht mich tatsächlich zuerst mal seit langem mit facecam wieder hallochen ich dachte mir machst du mal wenn du gerade im urlaub ist vacation das passt ja perfekt urlaub ja sand ein bisschen holz 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 nehmen wir das was brauchen wir noch das brauchen wir und das brauchen wir dann brauchen wir auf jeden fall das später das brauchen wir auch erst mal nehmen wir das einfach mit so wird ja wie gesagt ich bin im urlaub also bin bei meiner freundin hier zu hause deswegen für alle die die meine früheren facecam videos gesehen haben es ist nicht meine wohnung es stimmt es sieht anders aus auch von dort gibt es bald wieder facecam videos dann aber nicht unbedingt noch minecraft master bilders so ich versuche übrigens so eine kleine insel zu bauen für die dies nicht wissen problem ist ich muss jetzt hier alles doppelt bauen also doppelte höher weil und zwar genau das ist der grund nein das sinkt ja ein ins wasser das wisst ihr wahrscheinlich schon wusste ich beim ersten mal nicht dann blieb nur irgendwie der baum stehen hat man baum oder so im wasser das war auch sehr amüsant ist noch nicht mal explodiert zum glück ich meine es bei mir ist zweimal was explodiert das finde ich schon relativ interessant und lustig aber ich hoffe es gefällt euch oder ihr kennt erkennt was ich ungefähr vor habe also ich habe es ja schon gesagt eine insel ja ich versuche so ein bisschen drüber zu reden so nein das ist vollkommener schwachsinn was ich hier mache das brauche ich nämlich so so zack nein zack zack ich bin jetzt nicht so der palmbauer auch nicht der palmwedler nein aber ich kriege palmen hier nicht hin überhaupt nicht zumindest nicht so dass er gut aussehen könnten er soll sowas wie eine palme sein halt ne so dann machen wir hier zack einmal eine liege noch eine liege so und so was soll ich noch machen ach ja zack 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 so jetzt kommt das kann weg genau ist nicht so einfach auf jeden fall so ein scheiß alles soll jetzt ein sonnenschirm werden dafür nehmen wir jetzt statt dem blau oder nicht statt dem blau ach hier quatsch es kostet alles zeit man so ein bisschen weiß zack zack ja genau das ist perfekt das ist ein doppelschirm ähm ach komm so so und so hier ist ein sonnenschirm ähm machen wir hier jetzt noch so ein kleines feuerchen rein tschak 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 wo ich ich da ist es feuerzeug dazu die jetzt nicht machen sollen eigentlich aber gut na komm willst du da wohl rein geht doch so dann bauen wir jetzt hier das nochmal was ich eben weggeschmissen hab logischerweise ah dann nehmen wir mal die farbe so bauen uns das so dahin zack nein so ja ich brenne ist mir klar ist aber nicht so weiter schlimm so dann machen wir jetzt hier noch so ein bisschen ein handtuch hin und eins in der anderen farbe können wir auch noch mal hin machen ein rotes finde ich auch noch ganz schön tschak tschak und jetzt geht es auch schon daran hier irgendwie den untergrund zu ändern in Wasser ich hoffe es funktioniert einfach ansonsten wenn wir das ganze nochmal ein bisschen äh obwohl das lassen war es sagt diesmal nicht ab was soll denn der scheiß jetzt jetzt sagt alles ab natürlich nein warum setze ich auch diesen scheiß Sand Dingsgedöns noch dran nein fuck das kann nicht wahr sein man du ja was auch immer das sein soll achso surfen ja das sieht gut aus oh scheiße huch na komm weg damit äh für Vacation finde ich das ein bisschen mies sorry man erkennt was also ich weiß was gemeint ist was kriegt ein Mäh oh man fuck ja toll ja unsichtbar das ist die unsichtbare Insel fuck ja es wird auf jeden Fall explodieren ey wie tief ja ach scheiß egal ähm kann man erkennen it's okay mehr aber auch nicht was mit das Loch da sein soll ich weiß es nicht shark in the water was shark hashtag in the water ja das ist doch schon ja hm in Ordnung auch halt nur it's okay also boah also richtig vom Hocker haut mich ja eigentlich nicht wirklich was soll der Surfer eigentlich noch am besten mit Liegestuhl ja doch ist gut Liegestuhl Glas Orangensaft würde ich jetzt mal sagen oder ein Glas Lava wer es mag dass manche das nicht verstehen weiß ich auch nicht okay happy holiday wow ja ich wollte mein Handy noch leise stellen so zack ich hoffe es hat jetzt funktioniert ähm 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 okay ich hab zwar keine Ahnung ne WTF versteh ich nicht das ist doch schön so ein Klappliegestuhl das ist schön das gefällt mir krieg dafür mal ein Gut ich muss ja auch mal ein Gut geben kann ich immer nur jetzt okay geben ACAB also Anhängerclub Arminia Bielefeld oder was versteht ihr darunter hä bin ich bin nicht letzter das gewinnt ja gut hat keiner eine grüne Zahl alle im gelben Bereich huu böse ja gut liebe Freunde das war eine neue Folge Minecraft Master Builders ich bin heute die an und ich bin raus over and out ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal